Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play Trails in the Sky, Second Chapter. Guck mal, hier ist das Ante Rose, wo Olivier mal den Wein geklaut hat. Ja, ich gucke mal direkt, ob es denn ein neuer Bleu Blanc-Quest gibt. Also wir haben jetzt sowieso die Monster hier, die müssen wir ja eh annehmen. Die gehören so, Imperial Request. Aha. Oh, okay. Ambassador Cranach's Medal has been stolen by someone. The Eurvonian Ambassador hereby requests the immediate and full support of the Bracer Guild. For details about the case, just inquire at the following address. Eurvonian Embassy. Friedenhotel, ah, Friedenhotel Room 203. Guck mal, ihm wurde was gestohlen. Das könnte was damit zu tun haben. Ich gehe da jetzt hin, auf die Gefahr hin, dass es eventuell doch nichts damit zu tun hat. Äh, hier ist die Lippose Chapel. Warte mal, war das Ante Rose? Nein, das war irgendein Hotel, Friedenhotel. Wo auf der Karte genau ist das Friedenhotel? Muss man dafür hier den Block hier verlassen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, nee, das war hier in die Richtung, da ist das Friedenhotel, genau. Man muss die Tür auch treffen, ne? 203 schätze ich mal. 2 steht für zweiter Stock. Das ist dann wohl die 1. Ah, guck mal, da steht jemand davor. This room is currently in use by Imperial Ambassador. If you have no business here, please refrain from entering. Is this where we can contact the Imperial Ambassador? Yes, that's correct, but... Do you have some business with us? You're the ones who have business, I think. We're from the Bracer Guild. You guys submitted a request? Ah, Bracers, I see, pardon me. If possible, I'd like to have you listen to an explanation of the case immediately. Do you have the time at the moment? Ja, komm, für Blöblank haben wir immer Zeit. Ja, no problem. This way then, please. Ich hoffe, dass es Blöblank ist. The Secretary will explain the details. Ja. Da läuft er. Sir, the Bracers have come to attend you. Oh, you're here. Guck mal, du kennst uns doch. Oh, you're all. It's been some time. Thank you very much for your support in the capital. What brings you to Boze? With the signing ceremony over, I finally have a somewhat open schedule. I'd been planning a visit for some time and I finally managed to realize it. Ah, gotcha, an inspection trip. Pfft, it matters not. More importantly, my medal must be recovered. Is that, is it that important? Barclay, what are you waiting for? Hurry up and show it to the Bracers. Yes, immediately. It seems like the Ambassadors are quite, uh, concerned. Well, it's not an unreasonable reaction. This event is quite the serious crisis for the Good Ambassador. After all, that medal is an heirloom of great honor and glory bestowed directly from the Emperor. To have that stolen is a slap directly to the Ambassadors' face. Should use of this reach the Fatherland, the Good Ambassador would be the laughingstock of the capital. The laughingstock of the capital? Isn't that a bit, uh, extreme? Hmm, I'm afraid not. I love my country dearly, but... A blunder like that would be blood in the water for the high society sharks. Should the rumor spread, there is no doubt that his reputation would take quite the beating behind the scenes. Weil es geht da um Ruf und Ehre in Erebonia und sonst nix. Yikes, talk about nasty. Erebonian society really is a scary place, huh? Seriously? That is the fate of those who live in politics. Do you understand now why we asked you to come? I see, I think I've got it. So what's the thing the Ambassadors talked about? He acted like he wanted to show us something. Yes, actually, it's in a cart. There was a cart, yeah! That appeared to be a declaration of criminal intent left at the scene. A cart? Yep, yes, something like that, allow me. Yeah! Lovely princess and your escorts, the bell of judgment draws near, the iron horse's medal is in my hand. Should you desire to reclaim it, strike through mine riddles. Your first key is the following spell. Recool! Back the in the flower... Back the in... Back the in flower? Was? The end of everything is the beginning. Heat this well. The end of everything is the beginning. Alter, ich glaube, das war sowas unglaublich Kompliziertes. Really, he puts a lot of work into this. Into these. The guy is so persistent, I can't even work up the energy to complain. Yep, not even worth getting worked up about. Anyway, we should go over the important parts of the cart. Okay, well, the main point seems to be this... Recool word. The end of everything is the beginning. Yes. It certainly would seem to be. Should be enough to start with. Let's check out the town using that as a hint. Do you think you will be able to investigate the matter? Yeah, we should be. Well then, if we find anything out, we'll let you know. Ich bin gerade am überlegen, worum es da ging. Yes, we expect good results from you all. Oh Gott, das bereitet mir jetzt Kopfzerbrechen. Ich weiß es nicht mehr. The investigation shall be underway then. We're counting on you. Yeah, leave it to us. Alter, ja. Ich hatte es noch im Kopf. Irgendwie irgendwas Heftiges kam da noch. Recool back in, back the in flower. The end of everything is the beginning. Heißt für mich ja im Prinzip, dass man das Wort umdrehen muss. Back wie in flower. Ab Recool muss man wahrscheinlich... Das macht ja nicht mal Sinn. Hm, was ich mir gerade denke. The end of everything is the beginning. Das Ende von everything is G. Also ist der Anfang G. Griekul? Back wie in flower. Oh, fuck, Alter. Oh mein Gott. Ich weiß das nicht mehr. Mein Kopf platzt gleich. Also wenn man versucht, das rückwärts zu lesen, dieses Recool, dann würde er loose hier stehen. Aber... Flower in the back. Okay, wenn wir die Worte von dem Satz rückwärts lesen, ne? Dann wäre das flower in the back. Äh, recool. Aber was für ein back ist gemeint? Das ist die Frage. Von welchem Rücken oder von welcher Rückseite reden wir? Irgendeine Blume im Rücken und Recool. Wartet mal. Ist hier nicht irgendwo? Moment, ich gehe mal ins Ante Rose. Back kann ja auch hinten heißen. Also es kann auch das Hinterzimmer von dem Restaurant sein. Und mit Flower... Beziehungsweise die Küche. Und mit Flower kann ja ne Frau gemeint sein, oder? Okay, vielleicht war das doch nicht der richtige Ansatz. Flower in the back. Flower in the back. Lucier. Gibt es irgendjemanden, der Lucier heißt? Oder Recool? Ah. Flower in the back. Warte mal, ist hier die... Was ist denn hier alles noch? Da ist die Orble Factory, okay. Genau, da wollte ich jetzt aber nicht hin. Glaube ich zumindest. Ah. Ist Lucier in the back? Oder hinten auf einem Buch oder sowas. Ah. Das sind sehr viele Bücher. Aber nein, scheinbar nicht. Nein, okay. Das hat nichts mit einem Buch oder so zu tun. Oh Gott, Alter. Vielleicht eins von hier unten. Flower in the back, Alter. Was für eine Flower? Ich bin jetzt schon überfordert. Okay. Ich habe gerade nachgeguckt. Es gibt tatsächlich den Namen Lucier. Und zwar habe ich ganz am Anfang gesagt, Ja, was ist hier denn? Oh, die Orble Factory. Da will ich nicht hin. Aber die heißt einfach Lucier Orble Factory. Wow. Ich habe das Rätsel eigentlich schon gelöst. Ich hätte nur hier hingehen müssen und hätte gesagt, Lucier. Ja. Und dann die Flower in the back. Oh Mann, ist hier irgendwo eine Blume? Das ist keine Blume. Das ist eine Pflanze. Hier hinten. Flower in the back. Ist nicht du gemeint, oder? Lucier. Wo ist denn hier eine Blume? I don't see a Blume anywhere. Damit ist nicht sie gemeint, oder? The current owner Cornelius actually founded this Orble Coop Workship. It had a different owner for a while, but he was actually arrested recently. So Cornelius once again owns his factory. I never really heard the details, but that was apparently a huge mess. Man kann hier unten noch wieder raus. Hier. Ah, der Balkon. Das ist im back. Good. The hint was Recule. Back the Inflower. Ja, wenn man das Recule auch rückwärts liest, dann ist es Lucier. And the end of everything is the beginning. It must be a hint to read them in reverse. So we have to read the entire phrase backwards. Recule must be special though, since it's all in caps. We probably just reverse the letters here. You end up with Flower in the back Lucier. Ah, I get it. You say Lucier in Bose, and it's gotta be this place. Right, so the card mentions a flower. Let's take a look. Boy, jetzt bin ich gespannt auf das nächste Rätsel. There was a card attached to the pot. Yes, found it. Yeah, there we go. Okay, let's see here. Your second key is the following spell. F-C-C-E-Zwei-E. View the opened book. And remember always this wisdom. Those who seek the truth must forever look a step ahead. What the hell? C-C-E-Zwei-E. That's our hint. Pure gibberish. Wenn man einen step ahead geht, dann wäre das G. U. F. Ne, G-U-I. LD. Okay. Drei F. Also Gilde. Dritter Stock. Ein step weiter. Versteht ihr? Weil ein Buchstaben weiter, eine Zahl weiter. Gilde, dritter Stock. Und das ist das offene Buch da. Das habe ich nämlich, da wollte ich jetzt auch sowieso hin, weil ich habe das ja vorhin, als ich in der Gilde war, schon gesehen, dass das Buch da offen ist. Thanks, man. Now you're also giving me a headache. There must be some kind of trick to reading it like the last one. I would guess that look a step ahead is an important hint for that. Genau. One way or another, how about we just look around the town? Maybe we'll find something out if we wander a bit. Yeah, just sitting here ain't gonna do much for us. Let's get moving. Yeah, let's go. Gut, wir haben aber, also wir haben einen klaren Plan, wo wir hinwollen. Zumindest ich hab den. Ob ihr den habt, weiß ich nicht. Gehen wir einfach mal da rein. Oben, 3rd Floor. 3F. Open Book. Das hier. Well, it's still investigate the book she found a cardstock to it. Okay, found it. Let's see. Should you seek the third key? Seek ye the reverently held casket. Also wahrscheinlich irgendwas in der Kirche wieder. Yep, we got it. Ja, das muss mir nicht erklären. Advance each letter by once and it becomes guild 3rd floor. And now, the 3rd floor of the guildhouse. that's the riddle solved, I guess. But, what the hell, seriously? Right in the middle of the guildhouse? That clown's trying to mock us. We'll have to show him what mockery gets you the next time we see him. Ja, klar. Rede no groß. Ja, no kidding. The next thing is a reverently held casket, right? I don't think he means it literally. Pretty safe to assume so, yeah? There aren't exactly a ton of caskets just lying around in Bose. My thoughts exactly. Starting to get into the clown's head, eh? Speaking of heads, let's put ours together to figure out what this casket supports to mean. Was ist denn ein casket nochmal? Ist das nicht, äh, ich guck mal gerade nach, was casket auf Deutsch heißt. Reverently casket heißt dann so was wie Schatulle. Also, das ist eine Schatulle. Die ist reverently held. Der reverend ist ja... Ist das nicht der, 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 der Bischof quasi? Oder so? Also, schätze ich mal, in der Kirche ist das. Die Schat... Schatulle hier oben ist vielleicht irgendwas? Nein. Das könnte mit, äh, mit einer Schatulle gemeint sein. Geht's überhaupt in die Kirche? Was heißt denn reverently? Okay, reverently muss nicht unbedingt, ähm, ähm, das muss nicht unbedingt die, äh, die Kirche sein. Reverently heißt übersetzt einfach nur ehrfürchtig. Also. Eine ehrfürchtig gehaltene Schatulle. Ah, auf was könnte das zutreffen? Ehrfürchtig gehaltene Schatulle. Irgend so eine Waffen, Waffenkiste oder so. Wegen ehr, ehrfürchtig. Und vor Waffen hat man ehrfurcht. Ich glaub kaum, dass er noch ein zweites Mal in die, in die Orble Factory gehen würde. Das wär ja nicht sein Stil, zweimal denselben Ort zu wählen. Könnte die Schatulle der Markt sein? Hier, dieser Riesenmarket. Schatulle. Reverently held. Och Gott. Diesmal werde ich einen eigenen Part nur für, für Blöblank brauchen. Ey, ich. Was für eine Schatulle. Hier sind irgendwelche Schatulle. Oder ist irgendwas mit, mit der Bürgermeisterin? gebraucht. Das würde jedenfalls passen zu, das würde zu Blöblank passen, einfach beim Bürgermeister einzubrechen. Kirschers Bar. Hier, gehen wir mal nachein. Mayers Resident. Ehrfurcht gehaltene Schatulle. Da ist Laila. Da ist Maybel. Da ist eine Schatulle. Hier ist auch eine Schatulle. Ich muss sagen, ich habe jetzt in die Komplettlösung geguckt. Ja. Das hätte ich auch nicht rausgefunden. Ich glaube, das Ding ist hier gemeint. Das ist ein ehrfürchtig gehaltene Schatulle. Gehalten von diesem Stapler, so Gabelstapler, so ein bisschen nach oben gehalten. Und mit Schatulle ist diese Kiste gemeint. Da wäre ich nie draufgekommen. Ganz ehrlich. The reverently held casket, huh? Calling it a coffin. It a coffin's a bit of a stretch, but it is being held like it was holy. Yeah, but there's a problem. I don't see that bozo's card anywhere. That is weird. Vielleicht ist sie drin. I'm sure this is it, though. Wait, you know, I bet it's the bottom of that thing. it might be, but that little hole isn't big enough to crawl under to look. Yeah, good point. The container has to be it, too. Let's see. Hey, hey, what do you think you're doing? Wir haben doch gar nichts gemacht. You were messing with machinery on my maintenance deck, weren't you? What the hell were you trying to do? We weren't messing with anything. We were trying to investigate this container. Investigate what? I think this will explain. So, Racer. Ah, you lot. Has a case led you to my dock? Right to the middle of it, in fact. Oh, right. I wanted to ask. Can we use that machine? You bet you can. And what are you looking to do exactly? Wir wollen unter den container gucken. We just need to take a look at the bottom of that container. Could you lift it just enough for us to take a look? Sure, I suppose. Wait a second. Then mach mal. Alright, here we go. Voll geil Gabelstablau und so, ne? Hab ich noch nie gesehen. Alright, it's locked and safe. You should be able to get a look now. Thanks, mister. Come on, let's see under if there's anything there. Und? Ja, scheinbar. It was indeed a note attached to the bottom of the container. And here it is. Thank you, sir, that's all we needed. Great, let me get this container back down then. So, unversagt uns die Karte. Seems you found what you were looking for. Thanks for helping us out. Haha, don't worry, it was no big deal. Anyway, I don't know what you're investigating, but good luck with Well, I need to get back to work. Of course, thanks again. Na dann tschüss. Phew, I'm glad he was willing to help. Yeah, and now time to get on with it. Write the card. The door has been thrown open. Seek the proof of vanity. Find it in the words of the goddess. That's it. Looks like we're just about done. Yeah, I get so. Wait of the goddess. Klingt wie die Bibel. Well, you say goddess and there's really only one place I can think of. Yep, gotta be it. Let's go over there. Get it over there. Off we go. Yeah, and that other was there stand seek a proof of vanity. Sucht ihr Okay, wahrscheinlich ist mit proof of vanity die Medaille gemeint. Also den Beweis der Eitelkeit. Wo war denn jetzt die Kirche? Hier war sie, ne? Ja, da unten. Bose Chapel und dann müssen wir hier in das Buch reingucken. Wahrscheinlich liegt hier irgendwo noch eins was unbeaufsichtigt ist. Da, die Words of the Goddess, genau. These are the Testaments of the Septian Church, aren't they? Do you think this could be the Words of the Goddess the Clue was talking about? You are right on target. The Testaments are supposed to be stuff the goddess Now that you mention it I remember learning something about that in Sunday school. Anyway let's check it out. When I still investigated the book she found an iron medal wedged between the pages. Yay! Medal with two winged horses and sword sign. Sweet! We found it! But man just look at this thing a little imposing for a medal don't you think? Imposing is right. Still I'd say that design is pretty apt for an Arabonian medal so it's a cultural thing I never would have guessed plus what with Ambassador Cranach wearing it at all this metal is gonna need the impact of a boot to the head it kind of works in a way yeah they are all so so smacked because they have to give their riches because Adel is everything that's one way of putting it any less showy on a guy with that kind of presence and nobody would notice the damn things even there and that might be even more true now than ever he's looked scarier than usual probably because of the metal being stolen now that you mention it well whatever at least we found it let's go give it back to him yeah is true you really found my metal yep we got it well here showing you is probably the best way let me return it to you oh it truly is my you found it you really found it i hate to interrupt the moment but is this something or other medal what you were look or other medal you were looking for then it's not something or other medal it's a grand cordon of the order of the winged stallion this is no ordinary medal it is an exceptionally high honor that all long received and fear few have ever obtained okay all möchten this gerne haben aber kaum einer becomes good who the heck can remember something that long did you say something no nothing anyway it's the right medal cordon thingy right yes most definitely this avoids the worst possible scenario now if the criminal responsible could just be punished things will be settled do you have any idea who the criminal might be we've totally got an idea but unfortunately where they went is another matter what if there no way you can capture them not immediately no the one we've got our eyes on as the culprit is quite the well-known thief have you heard the name phantom thief bee before phantom thief bee he's been appearing in libel so you know him you do know him yeah yes he reigned havoc in the imperial capital for some time he was a man who could not be captured even by the imperial army it seems I should be glad that my medal returned at all this time yeah seems that way auch wenn er diesmal nur gemacht hat um zu spielen Barclay Sir do you have the item prepared yes here yeah while I feel some regret that things did not proceed to capturing him against the infamous phantom thief B you can hardly be blamed you recovered by medal in good order and maintained the dignity of the empire in acknowledgement of your great services to the empire I the Erebonian imperial ambassador grant you this Eisenritters medal oh ja wir haben die medaille der Eisenritter bekommen estelle was one of the Eisenritters medal she did her best to keep a straight face yeah die Eisenritter sind soweit ich weiß dem Kanzler unterstellt der ja eigentlich wenn ich mich recht entsinne gar nicht adelig ist ladies and gentlemen congratulations congratulations um I certainly wasn't expecting this this is kind of embarrassing oh boy understand your speechlessness at being awarded such a nonna it must be very hard for you to contain yourself nur dass keiner von us bedeutet weiß was das zu bedeuten hat diese Auszeichnung ah sweet youth I was the same when I received my first medal however do not feel unworthy no your efforts are more than deserving of this I expect great deeds in the future as is befitting of one to receive this medal yeah thanks damit sein denke ich mal ne hat irgendjemand hier immer noch keine Ausrüstung alle haben eine Ausrüstung sehr schön statt der silver chain was ist das was oh ok hat irgendjemand feint ne seal und mute kann das nur ist aber eigentlich ein ganz gutes ding gut ich gehe jetzt erstmal wieder in die gilde und reporte das dass ich das abgeschlossen habe gilde wo bist du da bist du wo so finde ich ein bisschen unübersichtlich auch wenn es eigentlich nur ein einziger klotz ist so report gut sehr viel geld dafür bekommen gut dann kümmern wir uns beim nächsten mal dann um die monster bis dann leute ciao bis 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 bis